Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge Township. So, legen wir mal los. Als erstes mal werden wir mal alle Gebäude eröffnen, die wir so gebaut haben. Hier hat man ja unser Zentralmuseum, glaube ich. Das ist bestimmt wichtig. Schauen wir mal. Okay, ich glaube da kann man verschiedene Dinge in der Mine sammeln und dann bekommt man ein bisschen Geld, Cash dafür. Mal schauen. So, was hatten wir noch? Hier hatten wir noch ein paar Gebäude. Das machen wir mal alles. Das Autokino. Genau. Hatten wir noch Bürogebäude. Und das Hotel. So. Genau. Dann schauen wir gleich mal, ob wir ein bisschen was Sinnvolles bauen können. Schauen wir erstmal hier. Felder geht erstmal wieder nicht. Genau hier, das brauchen wir aber auf jeden Fall. Bauen wir mal das Bienenhaus. Das machen wir erstmal. Die Fabriken weiß ich noch nicht, wo ich das sinnvoll einordne. Machen wir erstmal hier irgendwo an den Rand. Soge ich später einen schönen Platz dafür aus. So, was hat man noch? Landwirtschaft. Schweinefarm machen wir auch. Gleich daneben. Okay, das dauert eh eine ganze Weile bis das fertig ist. Landwirtschaft hat erstmal nix mehr. Da geht es mit Stufe 48 weiter. Okay, dann schauen wir mal weiter. Weißer machen wir auch später. Schauen wir gleich mal hier noch bei Fabriken. Genau, da haben wir nämlich auch vieles noch nicht. Machen wir auch gleich alles. Wie, das ist wieder jede Menge. Da haben wir ja schon wieder kaum Platz für irgendwas hier. Fabriken und alles machen wir damit hin erstmal. Obso, aber das steht erstmal alles. Wie gesagt dauert eh eine Weile bis das fertig ist. So, Kunststoff. Ah, brauchen wir wieder Einwohner. Okay. Ah ne, die Häuser, das dauert sowieso zu lange bis das fertig ist. Da wird jetzt nix ändern. Dann lassen wir es erstmal dabei. Fabriken bauen wir durch. Dann schauen wir weiter. Spezialgebäude. Labor, Gießerei, Zentralmuseum, unser neuestes Schiff. Da bauen wir ein paar Einwohner. Als nächstes kommt dann der Werkzeughandel. Aber erst mit Stufe 60. Okay. Gut. Genau. Dann sind wir außerhalb des Videos auch Stufen aufgestiegen. Zu Stufe 43. Und noch ein bisschen was passiert. Hier haben wir eine neue Insel entdeckt. Insel Tropica. Da gibt es ein paar neue Früchte. Na, ich hoffe, wir können uns bald mal ein neues Schiff holen. Müssen wir aber erstmal ein paar Häuser bauen. So. Dann haben wir auch in unserer Akademie verschiedene Dinge verbessert. Ups, das war das falsche Gebäude. Hier war die Akademie. Ah, da haben wir jede Menge gemacht. Erstmal haben wir die Züge gemacht. Genau. Die sind jetzt alle auf Stufe 5 schon mal. Gibt ein bisschen Zeitbonus, ein bisschen EP. Äh, haben wir denn noch die Bäckerei. Genau. Die Mühle. Textilfabrik ist auch schon auf 2. Und die Snackfabrik. Genau. Weiter bin ich noch nicht gekommen. Mal gucken, ob wir ein bisschen neues Erz aus der Mine bekommen. Dann kann ich da weitermachen. So. Dann habt ihr das bestimmt auch schon gesehen. Läuft momentan das Halloween Event. Mal zeigen. Ich habe mir diesmal mal so ein goldenes Ticket gekauft. Mal ausprobieren, ob sich das für mich lohnt. Ich habe ja nicht ganz so viel Zeit, ob ich da überhaupt ein bisschen weiter hinter komme. Mal sehen. Aber bis jetzt fühlt sich schon alleine, weil die Scheune von Anfang an ein bisschen größer ist, war es das eigentlich wert dieses Mal schon. Mal schauen, wie wir das in Zukunft machen. Bei Stufe 9 bin ich da im Moment. Gucken, ob ich da noch ein bisschen weiter komme. Ah, schauen wir mal. So. Dann haben wir vermutlich, äh, genau bestimmt auch wieder jede Menge Erfolge bekommen. Genau. Die sammeln wir mal alle ein hier. Ah, hat sich wieder ordentlich was angesammelt. Ah, ok. So, haben wir noch ein bisschen Cash dazu bekommen. Können wir auch mal gebrauchen. Genau. Der Beute wird auch wieder ein Stück größer. Ok, so. Sind wir wieder ein bisschen aktueller. Ja. Dann schauen wir mal kurz in der Mine vorbei. Wir brauchen unbedingt ein bisschen Erz. Gucken wir mal, ob wir ein bisschen runter kommen hier. Ja. Wird mal unsere Akademie wieder ordentlich füttern können. Hier nochmal. Ah, hier gibt's. Hier machen wir mal so eins. Zack. Ah, wieder verschlossen die Truhe. Da geben wir kein Cash für aus. Oh, was ist das denn? So, das kenne ich ja noch gar nicht. Ach, ein Artefakt. Ok. Ah, spannend. So, machen wir hier mal das. Hey, wir tun mal besser die Ausbote hier. Hey, wir tun mal besser die Ausbote hier. Wir tun mal hier nochmal. Nix. Ok. Jetzt kommen wieder diese Steine her. Wollen wir mal hier ein bisschen. Na gut, wir haben genug Spitzhacken. Da geht das. Haben wir hier noch. Ist wieder verschlossen. Machen wir mal das. Ah, schön Erd sammeln hier. Ach, überall liegt das Zeug hier. So. Ist wieder ein Artefakt, wa? Ah, das verschieden ist wohl eine andere Sammlung. So. Haben wir noch ein kleines Stück hier. Oh, das reicht jetzt aber auch erstmal. Nicht so viel Zeit hier drin verbringen. Haben wir ein bisschen was. Ah. Nicht wirklich. Na ja. Mal gucken. Da gibt es noch eine kleine Belohnung. Na ja. Ja. Irgendein Event gerade. Irgendein Wettbewerb. So. Dann schauen wir mal schnell in unserem Zoo vorbei. Zum Zoo. Hier habe ich bisschen Platz gekauft. Mal gucken, ob man heute paar neue Tiere bekommen. Ach, das war nur der Shop. Äh, das war hier. Genau. Genau. Genau, machen wir mal einen neuen Löwe dazu. Oh, jetzt habe ich ganz vergessen. Geht das wieder mit den Namen los hier. Ja. Menschenweibchen. Man weiß es nicht. Obwohl, das sind ja alles männliche Namen. Obwohl. Hat man schon. Das ist eher weiblich. Cupcake, Ronja. Ach, das sind alles weibliche Namen jetzt. Ja, die sind alle nicht so passend, ne. Nehmen wir mal den. Ah, der Not kann man dann später nochmal umbenennen. So, da haben wir da wieder ein Tierchen mehr. Mal noch ein bisschen was. Bestimmt wieder jede Menge. Vinylpferde. Ah, da müssen wir erst das Gebäude installieren. Behege. Machen wir erst mal hier hin. Das dauert eine Weile. Okay, das haben wir. Was ist denn jetzt, wenn ich hier nochmal anzeigen? Alles klar. Okay, so. Dann geht's weiter. Das ist nichts. Hier haben wir nur die beiden. Okay, mehr haben wir gar nicht, oder? Na gut, dann müssen wir erst mal warten, bis es fertig ist. So, dann machen wir erst mal hier fertig. So, dann machen wir mal hier ein paar Truhen auf. Lass mal ein paar Briefchen abholen. Zack. Gucken, ob wir noch was Spannendes bekommen. Ja. Ne. Ah, Materialien können wir jetzt auch wieder gebrauchen. Haben wir jetzt alle gerade verpulvert beim Eröffnen der Gebäude. Okay. Und wieder. Ah, ein bisschen Cash. Na ja, damit. Pizza. Ah. Ah, das, sowas können wir auch mal gebrauchen. Die Scheune kann nie groß genug sein. So, machen wir einmal alle her. Wie eine Säge. Kommen wir für unseren Grundstückskauf. Ah, ein Minispielzeug. So, das reicht erstmal. Cool, eine Runde machen wir noch. Sonst laufen die Briefe über. Ah, haben wir noch Platz in unserer Scheune. Ah, ich glaube hier kann so ziemlich alles was es im Spiel gibt drin sein. So, ein paar haben wir noch. Die machen wir noch einmal alle her. Ui, Zootierschen. Ah, von den Steinchen habe ich bisher auch noch nie was ausgegeben. Bin ich mir noch unsicher was man da holen sollte. So, das reicht erstmal. Dann könnten wir mal bei dem Minispiel vorbeischauen. Oh ja, ist alles voll. Versuchen wir mal ein paar Runden. Ui, ui, ui. Okay, ich dachte schon, der wäre zu weit. Ah, läuft ganz gut. Ein paar Pünktchen sammeln für das Halloween Event. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir das bis ganz nach hinten schaffen. Aber wie gesagt, vom Gefühl her, ich glaube 4,99 oder was das kostet. Und alleine wegen der Scheune lohnt sich das glaube ich, finde ich zumindest. Mal machen wir weiter hier. Nicht mal ins Ziel gekommen. Das war auch wieder knapp. Ach, Mensch. Nee. Das liegt mir einfach nicht. Komm hier, einmal müssen wir wenigstens ins Ziel kommen. Das gibt es doch nicht. War ich zu voreilig. Aber wir sind trotzdem Platz 2. Erstaunlich. Von mir. Kann doch nicht sein. Aber schon wieder ziemlich knapp. Ja. Mensch, der Parkour ist aber lang hier. Da gibt es wieder so einen Kessel, der nicht aufgeht. Wollen wir nicht. Endlich. Jetzt. Endlich. Ah, da gibt es noch ein paar Pünktchen. So. Machen wir mal. Aufgaben. Die mache ich nachher noch. Und hier. Tut sich auch nicht. ein bisschen was. Gibt es denn als nächstes. Stufe 9 sind wir jetzt. Stufe 10. Okay. Hier gibt es hier einen Sticker. Und eine neue Funktion. Unser Zeug weg schneller. Und hier kommt wieder was Tolles. Na ja. Schauen wir mal. Wir haben ja noch jede Menge Zeit hier. 29 Tage. Dann werden wir schon mal ein Stück vorankommen. Gut. Ja. Schauen wir mal. Warten bis das alles fertig ist. Und dann. Kann ich hoffentlich mal wieder ein bisschen Platz kaufen. Dass ich hier mal alles ein bisschen schön machen kann. Sieht da wirklich grauenhaft aus. Uh. Haben wir fast vergessen hier unsere Ge... Ach nee. Die gehen nicht wenn der Helm da ist. Oder doch? Nee. Jetzt dachte ich schon. Gut gut. Alles gut. Perfekt. Na gut. Dann mal schauen ob das hier alles was gebracht hat. Dann. Schönen Dank fürs zusehen. Und bis denne.